Musik 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 29.10.2020 Heute findet ein ganz spannender Action-Bound Halloween-Abend in der Bahnhofsiedlung in Erkner, initiiert von der Gefas e.V. Erkner Stadt. Grust wie ist hier die große Frage und dazu gibt es eine Einweisung. Und während noch alle ganz eifrig unterwegs sind und mit den Handys die Verstecke suchen, so wird schon der Abend vorbereitet, an dem Svetlina eine Feuerschau besonderer Art präsentieren wird. Die Ersten kommen schon zurück und das Abenteuer kann weitergehen. Und zur Stärkung gibt es erst einmal eine selbstgemachte Kinderbowle mit Augen darin und Stockbrot. Das steht auch noch auf dem Programm, denn die Feuerschale brennt schon ganz lustig. Das steht kein Lustig. Ich habe es jetzt. Guck mal. Guck mal. Hallo liebe Kinder und liebe Erwachsene. Ich bin Svetlina und ich bin heute hierher gekommen, um eure Halloween-Feier ein bisschen Glanz zu geben, nämlich mit Feuer-Jonglage. Ich bin heute hierher gekommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.